Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem Durchstarter-Kanal. Heute mit einem besonderen Video, was sich vor allem an die Durchstarter-Eltern richtet. Den richtigen Weg in den Beruf zu finden, ist gar nicht leicht. Wichtig ist, das zu finden, was einen selbst erfüllt, was für einen selbst richtig ist und nicht zu viel auf das zu hören, was andere für richtig halten. Als Eltern sind sie die wichtigsten Berater ihrer Kinder und alleine, weil sie dieses Video sehen, darf ich davon ausgehen, dass sie diese Aufgabe besonders ernst nehmen und ihre Kinder bestmöglich auf dem Weg in die Berufswelt unterstützen wollen. Das ist nicht selbstverständlich und dementsprechend hier schon mal ein dickes Dankeschön. Um sich über den Weg Gedanken machen zu können, muss man erst mal ein Ziel definieren. Viele junge Menschen streben einen Beruf an, der ihnen Freude macht, bei dem sie gut verdienen, bei dem sie die nötigen Sicherheiten haben und bei dem sie Aussichten auf Erfolg haben. Um das zu erreichen, gibt es heute keine optimale Standardlösung mehr. Die Bildungswege sind sehr durchlässig geworden und Sackgassen gehören der Vergangenheit an. Die Idee, nur mit Studium oder Abitur erfolgreich zu werden, trifft heute nicht mehr zu. Viel eher kommt es darauf an, einen Job zu finden, der den eigenen Fähigkeiten entspricht. Die Frage ist also nicht, wie kann ich am schnellsten studieren, sondern wie finde ich einen Job, der zu mir passt? Damit werden ihre Kinder erfolgreich, egal mit welchem Schulabschluss. Neben einem Studium gibt es viele Wege, mit einer dualen Berufsausbildung Karriere zu machen. Clevere Fachkräfte sind gefragter denn je und mit der Ausbildungsvergütung wird es möglich, schnell auf eigenen Beinen stehen zu können. Eine Ausbildung ist perfekt für diejenigen geeignet, die etwas anpacken, etwas weiterbringen und etwas bewegen wollen. Über 300 Ausbildungsberufe bieten für alle Interessensgebiete und unterschiedliche Schulabschlüsse die richtige Perspektive. Bei einer dualen Ausbildung wird an zwei Orten gelehrt. Im Vordergrund steht die praktische Ausbildung im Betrieb und dazu kommt dann noch die theoretische Ausbildung in der Berufsschule, die meistens an 1-2 Tagen in der Woche oder im Blockunterricht stattfindet. Dieses Konzept bietet eine gute Vorbereitung auf die folgenden Herausforderungen im Berufsleben, sodass es schon von einigen Ländern kopiert worden ist. Die Unternehmen sind dringend angewiesen auf kompetente Nachwuchskräfte. Im Vergleich zur akademischen Ausbildung bietet die berufliche Ausbildung die Chance, direkt übernommen zu werden. Die Ausbildungsbetriebe kennen ihre eingearbeiteten Azubis und wissen, wie sie diese mit ihren Stärken einsetzen können. Interessant zu wissen ist auch, dass eine Ausbildung den Betrieben viel wert ist. Immerhin investieren sie über 50.000 Euro pro Azubi. Wer glaubt, sich von einer Ausbildung nicht ausreichend gefordert zu fühlen, hat hier die Möglichkeit, sie teilweise im Ausland in Kombination mit einer Weiterbildung oder in verkürzter Zeit zu absolvieren. Oder für alle, die richtig Gas geben wollen, ist vielleicht auch die Doppelbelastung eines dualen Studiums denkbar. Neben der beruflichen Qualifikation erwirbt man beim dualen Studium auch noch den akademischen Bachelorabschluss, verdient bereits sein eigenes Geld und gerade hinten raus bei Arbeitgebern wird dieser Abschluss wegen der praktischen Erfahrungen sehr, sehr gern gesehen. Viele sagen, wer eine Ausbildung beginnt, muss jetzt schon wissen, welchen Job er irgendwann mal machen will. Das stimmt heute nicht mehr. Eine Ausbildung bietet im Anschluss eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wie soll es auch anders sein? Die Anforderungen an ganze Berufsgruppen ändern sich heute und in den nächsten Jahren deutlich. Karrierewege verwandeln sich ständig. Den einen Weg oder den großen Plan gibt es nicht mehr. Die Berufsausbildung ist die Grundlage für all das, was dann auf einen wartet. Ob es eine berufliche Weiterbildung oder ein Studium ist, denn ja, auch mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung hat man die Möglichkeit zu studieren. Das muss aber nicht unbedingt sein. Berufliche Weiterbildung machen ihre Kinder zu Experten in ihrem Fachbereich und bereiten sie auf Führungspositionen in Unternehmen vor. Mit Abschlüssen wie Meister oder Techniker sind sie gefragte Spezialisten, wenn es um Leitungsfunktionen und Verantwortung geht. Akademiker können mit dem praktischen Know-how häufig nicht mithalten und wussten sie, dass diese Abschlüsse auf einem Niveau mit dem akademischen Bachelor und Master sind? Als junger Mensch kann ich mich wie zu Beginn nur bei Ihnen bedanken. Vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder auf diesem Weg unterstützen. Seien Sie ein guter Berater und schenken Sie vor allem Ihren Kindern das Vertrauen. Das Vertrauen, das Ihren Kindern die Kraft gibt, auf die eigene innere Stimme zu hören und letzten Endes ist das die Grundlage für den erfolgreichen Start in die Berufswelt. Und wenn Sie Ihrem Kind einen weiteren Berater zur Seite stellen wollen, dann machen Sie gerne auf unseren YouTube-Channel durchstarter.de aufmerksam. Dort gibt es von Lena und mir regelmäßige Videos rund um den Einstieg in die Berufswelt. Oder schauen Sie auf der Webseite www.durchstarter.de vorbei. Hier gibt es viele Informationen von der IHK rund um das Thema Ausbildung und Berufswahl. Das war's mit diesem Video von mir. Schaut gerne in die vergangenen Videos rein und abonniert diesen Channel, damit ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, ciao!